Der Traumschiff Wir müssen noch ein anderes Plan haben Der Kampf mit Joe war natürlich auch ein bisschen munitionszehrend So, lassen wir uns aber alle mal kommen gehen Na, hallo, hallo Na, hallo Oh, ist doch nice Reload 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 Ja, nerverkenn Schöpä So, Pistole-Munition für mich Wo kommen denn die Granaten hier? Oh Wahrscheinlich mal noch weiter oben Ja, und Ah, ah Babu Babu So, haben wir die Ecke jetzt erstmal nochmal ein bisschen befriedet Ah, Kninscheibenkiller So Bisschen Unkraut, drüllen wir uns natürlich Ja, im Groben und Ganzen kann man doch sagen, irgendwie habe ich mich wirklich an der eine oder anderen Kreuzung in diesem Spiel komplett wahrscheinlich strategisch falsch entschieden, was die Waffenauswahl angeht Aber, ja, wir sind jetzt auch so durchgekommen irgendwie von daher Wie gesagt, dieser Kanal ist nicht für Pro Gaming bekannt Er ist überhaupt nicht bekannt Du holst es Okay Tatsächlich hätte wahrscheinlich Benny das ein bisschen geiler gemacht Ja, weil Benny natürlich da so ein bisschen Benny geht immer ruf Ja, der jetzt halt quasi mit dem Kopf durch die Tür irgendwie Der haut die Mumpeln raus, er kennt ja nix Ja, der rennt immer noch mit meiner ersten Pistole hier rum Nein Zurück! So, 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 so Safety first Oh Neeeein! Halts ab! Ach du Scheiße Toll. Ganz schau. Ganz schau. Hier haut mal einer ab. Geht alle weg. So. Oh man. Ja man dies. Ist er da drauf? Oh nee. Thank you. Munition fahren, Mann! Und haken! Los! Ach, Alter. So. Reload! So, tatsächlich geht's aber heute schon mir ein bisschen von der Stimme her. Also, die letzten paar Aufnahmen... Ja, ging gar nicht. Ich hab' so weh getan, zu sprechen, aber ich quäl's auch nicht... Mimimimimimimimimimahu! Ach, nicht du, du. Oh! Oh, shit, 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 shit! Insgemicht, mein Freund! So! Die nehm' ich! Und die nehm' ich auch! Oh! Oh! Der Arsch, du! Da! Oh! Ach, du Scheiße! Okay. Ja? Die sind wirklich, äh... Das sind wirklich schöne Gegner. So! So! Von da kamen wir... Äh, wo kam er denn her? Wir standen hier einfach so rum, oder was? Okay. Cool, cool, cool! Cool, 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 cool! So! Okay. Ähm... Hm? Sieht mir aber... Sieht mir ein bisschen am Hinterhalt ja aus. Deswegen ist doch, dieses Spiel hätten wir auch zu zweit spielen können. Aber irgendwie, äh, hat's, äh, ähm... Rein von Augen halt nicht irgendwie hingehauen. Haben wir... Haben wir irgendwie Termine nicht hingekriegt. Äh, das jetzt weh zu tun, ja. Na ja. Wie gesagt, ich hatte ja schon anfangs mal erwähnt, irgendwie das jetzt... Ich sage mal, salopp gesagt, Resident Evil 5 jetzt nicht unbedingt... ...der stärkste Teil der Serie ist. Ähm, aber es... Kommt dazu und, äh, er hat durchaus seine Berechtigung, hier auf dem Kanal zu sein. Deswegen machen wir es. Aber wahrscheinlich, äh... Naja. Ihr merkt schon, er hat halt schon relativ viel... Ja, Shooter-Einlagen irgendwie. Und wenig Grusel-Einlagen. Äh... 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 Mhm... Und das ist nur... Und die Sterne... Ach, na toll! Ja, kommt noch! Äh... Mhm, krass. Ich gucke auch ab. Ja, ich gucke mich. Der ist wieder an einem... Das haben wir auch nicht mal Qualität. Nein! Nein! Ja, ich bin Arsch. Verballern wir nicht alles. Oh, Scheiße. Hm, das war nichts. Ah, Mist. Chris! Fortsetz bitte. Oh. So, jetzt probieren wir mal das. Bada-Bin! Ah, die Kranschlüsselkarte. Wunderbar. Oh, okay. Wir müssen diesen Container holen. Es sollte ein Krang oder etwas nebenbei sein. Das Plätsch. Ja. Kannst du jetzt noch schießen? Okay. Warum nicht? So, okay. Dann gehen wir mal los. Fliep! So. Die Kranschlüsse benutzt. Gehen wir rein da mit mir. Ich muss immer noch etwas schönes zu finden. Oh! Klumpf! Oh, jo! Oh, jo! Jo, nee. Schaut, ich dachte, er macht so einen Absiegler. Das hat er aber nicht. Ist das gut, oder? Es ist Wupen und Spanisch Wupen. Richtig. Wo ist es gekommen? Oh, oh. Oh, oh. Oh, toll. So. Headshot, baby. Na nun, geht's hin? Ah, so, alles klar. Es lässt dann es irgendwo ab, genau. Dann kannst du es als Brücke benutzen. Sehr schön. Da kann man nicht runter öffnen. Jeden Meter zur Welt gesprungen. Immer wieder bohrt. Außer diese Kniescheibenkiller-Sprung. Na klar, ich komm mal schon. Du, was ist hier mit meinen Schrotflug-Munitionen? Die hebst du nicht auf und da wird. Schäfer. Mord oder reden hier? So, okay. Was haben wir hier noch? Komm mal, warte. Wie denn? Warte schön. I owe you one. So, das ist eine Micke. Weil, dann können wir nämlich endlich mal so und B nutzen. Wuhu. Ach du Scheiße, zwei von denen. Holla, holla. So ja nur nicht. Ich betone an dieser Stelle, Kopfschüsse. Plural. Das ist unglaublich. Was die wegstecken. Das ist ja abartig. So, ein bisschen schackern. Ja. Ja. Werde wieder Boden. Oh. 2000. Ich hoffe schön. Ich hoffe ordentlich. Nein, Scheiße. Komm wieder mit. Los! Ich hab' die Waffe! So! Hier spielen wir rüber. Schauen wir mal kurz in die Käste rein. Rebel, Rebel, Rebel. Ja, wunderbar. So! Okay, warte mal, jetzt muss ich überlegen. Wo denn? Messer raus! Okay. Jetzt hat sie's aktiviert. Ich müsste, glaub ich, noch nie das aktivieren, ne? Ja. Ah, blöde Sache. Stehen wir zwei Kästen. Kann ich holen. Kann ich nicht holen. Kann ich nicht holen. Wir machen immer nur Überspringerei. Das ist blöd. Checken. So. Bei meiner... Oh. Oh. Genau. Ja, ich aber... Ist natürlich blöd. Äh... Muss jetzt nochmal vorbeigekommen. Sorry. Sorry. So. Ne, haben sie natürlich so gemacht, dass man da selber nicht... Komm schon! Okay. So, Sheva hat sich schon ein bisschen dagegen hervorgekämpft. Sorry. Du musst nochmal zurück. So. So. Okay. Hier haben wir noch ne Kiste. Die hast du nicht mitgenommen, Sheva. Hast du nicht mit dem... Die hast du auch nicht mit dem... Die hast du auch nicht mit dem... Was ist denn los mit dir? Du gehst ihn. No. Die, du. Schnappen wir zu einer Brenn-Kranat, gibst du den hin und holt. Wider Beach. So, eine Taste. Okay. Nun dann, hinein mit uns. Kraut können wir beide nicht mehr nehmen, das ist nicht so schön. So. Nice. Ah. Das Schlimme ist aber auch irgendwie, dass die Beträge, die man hier findet, also Geldbeträge, halt auch nicht wirklich exponentiell größer werden, dass man jetzt sagt, so ey komm, jetzt können wir mal richtig so geilen Shit kaufen. Nicht? Und willkommen beim SCP 087, dem Treppenhaus-Simulator. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, PIN UP! Da oben. Check den Link danach, dem Video. So, hier vorne haben wir noch mal ne neue Waffe. Ja, fuck, ich bin voll. Scheiße. Nicht, nicht gut. Hallo. So. Ich hab ein bisschen Angst, was ich jetzt hier finde. Uh. Jetzt hat die Chillbreaker. Uh. 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 Scheiße. Scheiße. Ich würde sagen, die B-Granaten lassen wir immer da. Scheiße. Kleine Steine. So, nimm das Tüte Stück mal. Was ist das? Ja, ich bin der Meinung, die kann man echt gut nach oben pimpen noch, äh, was die, äh, 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 was die, was die Kapazität angeht. Pfff. Freeze! Was ist hier passiert? Nichts, was beide von euch beschäftigt. Wir geben euch nicht eine Option. Jetzt spiel es aus! Sag uns, was wir wissen wollen, wenn du sie nicht verhörst. Wo ist Wesker? Wenn du dich selbst behalten kannst, vielleicht erzähle ich dir. Mit High Heels ist sie über uns abgehauen. Sie ist tief. Ich werde sie so viel geben. Was ist das? Chris, ist das... Whatever es ist, Excella sieht gut aus. Du gehst es! Roger! Hurra, endlich mal wieder was zu lesen in diesem Spiel. Tagebuch der Tresale Forscher ist Miguel Nummer 2. Achter mal! Momentan arbeiten wir an der Entwicklung eines Virus, der das Potenzial des GNT Virus, äh, äh, noch übertreffen soll. Wir müssen extreme Mutationen, geistliche Verkümmerung und Insalbilität des Virus verhindern. Uns wurde gesagt, dass wir uns keine Sorgen um die Abstoßraten machen sollen, aber selbst die Lösung dieser drei Probleme stellt eine Herausforderung dar. Natürlich ist das nur für normale Forscher ein Problem. Ich stehe schon kurz vor der Lösung zweier Probleme, aber das dritte ist etwas schwieriger. Also werde ich wohl Alternativen ausprobieren müssen. Manchmal bin ich von meiner eigenen Genialität überrascht. Ich könnte kotzen kriegen, irgendwie. Aber wir hatten ja vorhin schon mal irgendwie, äh, ein Schriebsel gefunden, wo sich Kollegen, äh, dieses Forschers etwas über ihn ausgelassen haben. Tricell kann sich glücklich schätzen, einen so intelligenten Mitarbeiter wie mich zu beschäftigen. Ich möchte nach jeder Zähle kotzen. Naja. Ich hoffe, äh, dass ich stauben will. Oh, Mando! Käse! Ja, ist da scheiße. So, da wir dadurch, dass Heilung bei uns eh, äh, relativ mau ist, sag ich's mal vorsichtig. Du musst ich's einfach mitnehmen. Ich bin dein Brúp und renne Schief. Sagen wir guardians so, was ich des Tages. Tch, tch! Wie ist das? Im screaming denn? Versagen wir völlig einen Bic Bic. Oder völlig ein talking Gamm. Ja, die Granaten wären jetzt geil gewesen. Oh? Okay. Cool, cool. Das haben wir noch relativ gut hinbekommen. Ich denke, das wird sich jetzt schnell ändern. Denn das Glück ist ein launisches Ding. Alter, das darf nicht wahr sein. Ich kann jetzt hier nix mehr nehmen, oder was? So. Oh, unser. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Oh, Gott. Oh, Scheiße. Das ist ne Höhle nochmal. Hehehe. Das ist doch Humor. Okay. Das ist ein Laun. Boah, Scheiße. Was ist denn ernst jetzt? Das ist ein Laun. Das ist ein Laun. Oh, ich bin eine Flucht. Oh. So, aufstehen. So, hier vorne lag man einen, ah, wie ist er denn, ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, nee. Achster Schuss. Scheiße, hast du sehr unartig gestellt. So Mist. Achster Schuss. Achster Schuss. Bist du nicht? Ja, gucke ich in der Lage. So, schuss. So, schuss. So, schuss. So, schuss. Das war echt mega durstig, sich direkt in den Weg zu stellen, aber ey, ich hab bloß noch geschafft, ich kann jetzt hier nicht groß von Weitem hier oben gewogen. Auf jeden Fall, hier steckt der ein, das ist doch noch artig. Dann gehen wir noch oben. So, los, mit dem Robin. Na und, klettert er hoch? Sieht nicht so aus. Oh, Feuernackt hier, Alter. Wo kommt der denn jetzt? So, okay. Thank you. So, hier vorne haben wir noch Edemine. Äh, ansonsten ist es so mau. Shotgun, Shells und Brandgranate. Dann hier hätte ich schon schön gebrauchen können, nein, egal. Egal. So. So, es wäre natürlich klasse, wenn jetzt hier nicht tausend Gegner. So. 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 MANG ICHOT Egal. So. 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 Schießt doch mal. Da muss ich jetzt hart vorrufen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht euer Ernst. So, Goldkettchen. Das ist doch wichtig, dass wir jetzt hier ein Goldkettchen haben. Äh, und dahinten noch eins. Mann, 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 da war jetzt hier ein Akne. Okay. Ich hab's da drinnen, ey. So, hier oben bei glückten. Nicht mehr, ne? So, Mann, komm ich nicht ran. So, schön. Ach, komm ich nicht. Na gut, komm ich halt nicht ran. Egal. Ich denke mal, dass die zwei, drei Pinnonsen, die davon jetzt auch nicht unbedingt nachher anscheinend sind. Naja, sind sie. Ah, okay. Nein. So. Was da hinten gefällt? Ja, sieht nicht so aus. Don't slice. Ein Fahrstuhl. Na los, komm. Whisker. So, du hast es so weit geschafft. Es ist zu schlecht, dass du es nicht mehr weitestgehst. Es ist zu schlecht, dass du es nicht mehr weitestgehst. Es ist zu schlecht, dass du es nicht mehr weitestgehst. Das ist geil, Alter. Aber da hat keiner überhaupt für einen zentralen Zugang. Am Hürden. Es ist so schwer, dass du mein Gott vorst. Er hat einen neuen Welt mit einer advanceden Räumen von Menschen. Aber da ist alles verloren. Alles ist verletzt mit Raccoon City. Aber da diese Verpflichtung, deine Erwachsenen hat noch eine große Signifikation. Ja, das ist halt nicht das Richter. Ich hab schon ein Teenie gesagt. Hart mit der eigenen Hand erstochen. Das Recht zu sein. Du. Arrogant, sogar bis zum Ende. Nur eine wirkliche Garde zu sein. Das Recht zu sein. Das Recht. Mit Ouroboros habe ich das Recht. Der Goldjunge. Okay. Kapitel 1, 6. Ja, 6, 1. Das Hauptdeck. So, wo geht's denn hier bitte? Zum Pooldeck. Alter. Fette Haufenweichen. Okay. What the hell happened here? Alexander SL 힘들. Das ist die Shoe, das ist die Shoe. Oh, für dich! Chris, wie liefst du uns mit uns? Wesker. Keine Angst, deine Mission ist auf der Ende. Ouroboros ist auf der Ehe des Appearance. 6 Billion Cries von Agni wird die neue Balance geben. Sorry, Wesker, aber nicht auf meine Seite! Albert! Du sagst, wir ändern uns zusammen! Warum? Ich dachte, sie wippen Hutts. Wesker nicht über jemanden, aber sich selbst. Soon, sogar du wirst verstehen, Chris. Ein Blick auf meine neue Welt. Und es wird alles perfekt machen. Show dich selbst! Unfortunately, es ist zu lange für dich. Du wirst nicht leben, um die Dawn zu sehen. Sorry, Excella, aber es scheint, Luroboros hat dich verabschiedet. Doch du bist ein guter Asset. Ich habe eine letzte Aufgabe für dich. Albert! The hell? Ich weiß nicht, Luroboros hat dich verwert. Ich weiß nicht! Puh! Ich weiß nicht, gut! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Oh! 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 Nein! Oh scheiße. Okay. Das war nix. Oh! 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 Okay. So now what? You think our weapons can hurt that thing? I don't know. We gotta get the hell out of here before it destroys this place. Das ist nicht so schön hier. It's tearing through the ship! We can't stay here! Yeah, so far. Etti! Etti! Oh... Was ist das? Ich habe schon das Emulsion. So ein bisschen Magnum-Munition wäre auch mal. Oh Gott, mal wie ein Geier hier, ey. Duke ich! Schöpfer, dunkel! So, kannst du das nicht mehr nehmen. Naja, wenigstens kriegst du hier mal so ein bisschen die Chance, sich aufzumunitionieren. Aber du weißt schon, dass der Bosskampf bevorsteht. Bin ich jetzt kein großer Freund hiervon, was hier passieren könnte, Glay. Oh, danke! Ja, bitte. Lass mich raten, er hat die Schlüsselkarte. Warte, ich meine, ist da nun fast der einzige Schwachpunkt, die den Chefs verraten hat hier. Oh, man! Ist jetztwegs tot. Natürlich nicht! Ich bin gekommen! Ach... Wie selten halt mich bei einem Spiel so blöd gefühlt, ey. Wie selten halt mich bei einem Spiel so blöd gefühlt. Hold on! Wie lebt ihr? Wofür? Wie lebt ihr? Wofür können wir nicht! Wie lebt ihr? Oh, schön, dass wir dich mal irgendwann einrichtet werden. Ach, ich bin nervt, Alter. Das war richtig abgenervt mit dem Spiel. Spencers Notizbuch. Und je ans Talslicht kommt, der Rückhalt für die Regierung schlagartig ins Bodenlose sinken. Ich glaube nicht, dass sie das will. Ich werde wie der Teufel hinter Umbrella Herr sein. Sie werden Umbrella für die Ausgleichung von Dracoon City verantwortlich machen, um ihre eigenen dummen Fehler zu kaschieren. Vielleicht wird Umbrella das Schicksal der Stadt teilen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß. Umbrella war nichts weiter als ein Werkzeug bei der Forschung des Prägneter-Virus. Und die wird auch so weitergeführt werden. Umbrellas Niedergang wird nur niedrere Angestellte wehtun. Solange das Geheimnis an dem Prägneter-Virus gut geschützt ist, kann ich jederzeit von neuem anfangen. Ich habe bereits Vorbereitungen getroffen. Die Forschungseinrichtungen in Afrika bleibt geheim, denn schließlich wurde dort endlich seit Ende der 80er Jahre das Prägneter-Virus produziert. Das ist unser streng geheime Richtlinien zur Regulierung der Informationsflüsse zu verdanken, dass nur eine Handvoll Leute im Unternehmen von Existenz der Einrichtungen in Afrika wissen. Von dem dort tätigen Personal wurde nur ein Minimum an anderen Standorten versetzt und diese Leute wurden stets streng überwacht. Direktor Bailey wird fast 30 Jahre lang an das Labor gebunden und selbst das geschah nur mit diesem Tag als Ziel vor Augen. Jetzt muss nur noch diese Einrichtung geschlossen werden, dann verläuft alles nach Plan. Sobald das Labor verschwunden ist, werden auch alle Verbindungen zur Umbrella verschwunden sein. Dann muss sich die Bewohner um die Geheimnisträger der Stufe 10 kümmern, denn das sind die einzigen Mitarbeiter, die von der Existenz des afrikanischen Labors wussten. Alle anderen Mitarbeiter richten keinen Schaden mehr an. Meine Geheimnisse sind sicher. Wenn man einen Schatz vergräbt, sollte man keine Karte zurücklassen. Mein Ausdruck, Notizbuch. Personal mit Zugang zur Führung der Geheimnisse. Oswald Spencer verstorben, Henning P. im Gefängnis, Masaqui T. verstorben, Johnny K. auf der Zeitung unbekannt, Carlos M. gefunden, Informationen erhalten, eliminiert. Brandon B. verstorben, Frank E. verstorben, Isabel C. verstorben, Greg A. verstorben, Lee D. verstorben, Michael K. verstorben, Ethan W. Ethan Winters. Verstorben. Bericht zum Projekt W, 28. August 1995. Es wurde bestätigt, dass der Zwischenfall in den Arklay-Labors in Raccoon City auf die Beteiligung des Projekt W-Testobjekts Nummer 13, im Folgenden als Albert bezeichnete, zurückzuführen ist. Aufgrund seines Todes können keine weiteren Informationen gesammelt werden, aber das Tod wurde von den Informationsabteilungen bestätigt. Mit dem Tod Albert West, äh, ist die Erfolgsquote vom Projekt W auf 18% gefallen. Das Kontingent qualifizierter Individuen für das Projekt hat sich drastisch verkleinert. Dieses Problem stellt eine Bedrohung für die Fortschritte des Projekts dar und muss dringend gelöst werden. Da keine Liste mit qualifizierten Individuen als Ersatz für die Verluste existieren, ist es ratsam mit der Auswahl von Individuen bis zum Bestand durchgefallener Kandidaten zu beginnen. Anschließend können Anpassungen vorgenommen werden, um bis zu 93% des Kontingents vor als Tod wiederherzustellen. Am Rallye-Informationsabteilung, Alex. Ja, Vesca verfolgt uns ja nun schon seit dem ersten Teil. Und... Ja, er ist also auch nur ein Experiment. Ja, das Gute ist jetzt natürlich in der Kapazität irgendwie, dass ich halt einfach sehr gut alle Munitionen, die ich habe, im Liebesum packen kann. Das finde ich gut. Betriebshandbuch für die Satellitenlaser Shango. Die Satellitenlaser Shango wird über ein laserziehendes Gerät LZG mit dem Aussehen eines Raketenwerfers bedient, das die Zielkoordinaten an den Satelliten sendet. Anschließend kann er seinen stark gebündeten Laserstrahl zentimetergenau auf das Ziel abschießen. Erstens richten sie das LZG auf das Ziel, um die Koordinaten an den Satelliten zu übermitteln. Zweitens, nach der Bestimmung des Ziels werden die Koordinaten übermittelt. Während die Übertragung wird der Zielring auf dem Radar rot angezeigt. Hinweis, bemerkt die künstliche Intelligenz des Zielsensors, dass das Ziel vom Radar nicht mehr erfasst wird, so wird die Übermittlung der Koordinaten abgebrochen. Wenn die Mitteilung anvisiert auf dem Radar erscheint, wird diese Übermittlung abgeschlossen. Mit der Betätigung des Abzugs wird nun der Laser aktiviert. Der Laser benötigt Zeit zum Nachladen, wo er nicht abgeführt werden kann. Ein Satellitenlaser. Wir könnten nur eine Chance haben. Die Targeting-Device sind auf dem Roof. Kommt, es gibt keine Zeit, um es zu verlieren. Ja, damit haben wir wahrscheinlich gerade noch so eine kleine Anleitung bekommen, wie wir uns um Tracella irgendwie kümmern sollten. Mit dem Laser. Da ist ja ein paar drei Flänzchen. Da ist ja klar, was für Schatz steht. Ich könnte es jetzt noch mitnehmen, aber... Das ist doch ideal. So, noch eine kleine Brandgranate. So, noch eine große Schatz. Aber die ist ja auch sehr. Das ist großartig! Du glaubst wirklich, dass ich sie nicht Lösen würde? So, noch ein paar Fläge! Oh! Jürgen, ab! Schnell! Grüß der Eisemann! Das war's für heute. Laser? Brauch ich nicht. Ich hab ein Raketen, aber... Okay, Ende Kapitel 6, 2. Ready, 1. Ja, ist doch nichts Neues bei dem Jungen. Das war jetzt Wesker. Wer ist das? Jin, bist du okay? Ich bin gut, nicht über mich. Es ist etwas, ich muss euch sagen. Wesker ist superhuman strength. Es kommt aus einem Virus. Aber das Virus ist nicht stabil. In order to maintain a balance, er muss sich regelmäßig reinigen, mit einem Serum. Also, wenn er die Serum verbreitet, er verliert seine Kraft? Affirmative. Aber er hat nur eine Dose, also wird es ein Zeitpunkt bevor er noch einen brauchen. Damn. Ach, kennbar. Was ist das? Ich versuche, einen Weg zu entfernen zu finden. Du musst das Serum finden. Axelra hat es immer mit ihr. Das ist wie sie kam. Jill! Komm in! Jill! Shit! So, dann müssen wir jetzt eine Wesker und diese Dinger reinjucken. Das ist es. Pass die Schöpfung. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Ein Bomber mit Missiles? Er kann nicht so weit weg, ohne ihn zu schüren. Oh Gott! Genau. Der Plan kann nicht schüren. Wenn es so, wird ein Biohazard initiiert. Das ist wie du gesagt hast. Er will das Virus überwenden. Es sieht so aus. Die Dinge sind besser, als ich dachte. Wir müssen ihn hier und jetzt stoppen. Der Ouroboros-Plan. Das Ouroboros-Virus wird einen direkten und nachhaltigen Effekt auf die menschliche DNA haben. Diejenigen mit minderwertiger DNA werden der tödlichen Wirkung des Virus zum Opfer fallen. Ein Großteil der Menschheit wird zu dieser Gruppe gehören. Denn die Handvoll an Überlebenden wird sich auf jene beschränken, die über überlegene Gene verfügen. An dieser neuen Welt gibt es einfach keinen Platz für die, wenn die unterlegen sind. Für die wenigen Auserwählten wird jedoch ein neuer Tag anbrechen. Heute werden Ouroboros und ich die Besten der Welt erwecken. Alles verläuft gemäß dem Zeitplan. Wenn der Bomber die Tropopause erreicht, werden die Raketen gezündet und das Ouroboros-Virus transportieren. Erst einmal freigesetzt wird das Virus in den oberen Troposphären eintreten und sich über die dortigen Winde verteilt. Zu diesem Zeitpunkt wird die Menschheit zum letzten Mal gerichtet. Ein Virus besitzt keine Emotionen und darin liegt dessen Schönheit. Es wird nur überlegene Menschen mit jedem Punkt der Erde auswählen. Was? Es wird nur überlegene Menschen mit jedem Punkt der Wirkung der Erde auswählen. Äh, wenn nicht außer wird, wird zum Wirkung zu Ouroboros und fortan noch nach neuen Wirten suchen. Ist die Kettenreaktion erst einmal gestartet, kann sie durch nichts und niemanden mehr aufgehalten werden. Das Getöse von 6 Milliarden Schreien für das Kapitel über die unehrenhafte Vergangenheit der Menschheit schließen. Auch da wiederum, wo man sagt so, also dieses Dokument braucht kein Schwein irgendwie. Das hätten sie auf einer Seite schreien können. Komm schon! Okay! Gott, Herr Blutzy! Warnung! Feuer enttetet in die Enginraum! Warnung! Feering-off-Aree-with-Volket. Evakuate die Erde sofort! Warnung! 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 Was ist das? So, ich brauche jede Patronen, jede Patronen, die kippt haben. Nüscht. Da ist schon dringend die Couch. So. OPENING SECONDARY VOLKAN PREGUNITING PRAISED TREATED UNDER VOLKAN RELOAD! I don't believe he's here Ugh RELOAD! I don't believe he's here I don't believe he's here I don't believe he's here Oh, wait, 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 wait RELOAD! Sooo, toll, guck's dir an da oben Ah, scheiße, ey Wo kann ich noch gar keine Waffe Wo ist er schon nach? Wo ist er schon nach? OPENING PRIMARY VOLKAN Please reduce the space system from the volcano Oh, I'm really sure Oh, I'm really sure Oh, man, das ist jetzt wie die Alte, das ist jetzt wie die So, also ich wäre so jetzt auf das Ding Besser wird's nicht Hm So, also ich wäre so jetzt Okay. So kann man gucken, was? Ehrt euch. Nein, nein. Oh, ist da auf, dann nicht wahr. Oh, ist da auf. 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 Ah! Hm, das ist gut. Oh. So, lass mich raten, ob die BN-Dippen muss hauen. Auf jeden Fall irgendwie wieder machen. Weil die wahrscheinlich irgendeine Schlüsselkarte dabei haben. Und dann kommt der BN-Dippen auf. Letztlich herrschnitten. Und dann sagen, wir müssen die BN-Dippen auf. Die BN-Dippen schenken, wenn wir dann noch so gut verabrugen. Der BN-Dippen hat es gut. Aber dann sollten wir dann noch mal auf den BN-Dippen zu erklären. Die BN-Dippen popular. Sohn. Was ist das? Die Welt ist ein Wettbewerb. Come on! Okay! We're low! We're low! What's that? Ah, that's not good. Nice! Das ist dann. So. Oh, mein Gott. Oh, Gott. So, nun reicht es jetzt überhaupt nicht immer. Abreue! Hrrrrrrr! Something doesn't feel right. Reload! I can't explain it. Yeah, I hear ya. Don't let your guard down for a second. Tch, 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 tch. Tch, tch, tch. Tch, 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 tch... Oh Gott, sieht nicht schön aus. Guck jetzt hier mit drei Schuss in der... Ach du Scheiße, jetzt hing Wesker oder was? Oh, nicht. Oh Gott. Das müssen wir den Affen machen. Warum machst du das? Was hast du durch den Ouroboros erreicht? Jeden Tag, Menschen kommen einen Schritt näher zu Selbstdestruktion. Ich bin nicht die Welt, ich bin es zu retten. Jetzt hau den blunden Neuronite an. Oh Gott. Das ist unsere einzige Chance. Mach es. Die Dinge sind wirklich interessiert, nicht Chris? Du glaubst, dass du mich verletzt hast? Insofern werde ich nicht stoppen, bis ich tot bin. Na dann, ich werde dich schnell töten. Ja, mach mal, mach mal. Ich muss jetzt erstmal hier... Oh, hallo, hallo, hallo. Na, der Ton liegt mir noch. Das lass ich mir noch nicht entgehen. Oh. Ah, krass. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Noch? Ja, das, äh... Der Lieferer ist nur sieben Minuten. Es ist kein Punkt in Heiden. Es ist kein Punkt in Heiden. Ja, der wird uns bestimmt bringen. So. Ja, der. Scheiße. Ich nehme deine Hilfe. Ich nehme deine Hilfe! Thanks, Farmer. Good! Ich werde der Locker-Loncher. Chris! Ich nehme Warhead! Chris! Ich nehme Warhead! Was ist denn los, alter? So, ich kriege noch ein paar Paketen, finde. Irgendwie glaube ich, dass der nicht gesessen hat. Ja, dann fang mit dir an, Alter, aber ich bin hier selber um. Du Schwein! So willst du gehen? So, ja, noch so eine Pakete weg, ey. Alter, warum haben die denn hier... Wot, 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 wot. So nicht deine Ernst. Der Penner, wot mit Raketen? Okay. Was ist das denn? Nein, 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 nein. Oh, shit. Ich werde den Röntgen holen. Chris, ich brauche einen Krieg. Das ist alles, was du hast! Ja, das war irgendwie absehbar. Ok, kommen wir mal nochmal. Ok, also wir müssen ihnen nicht nur Raketen verschwächen. So, mal gucken wir mal weiter. Oh, nice. Das ist halt so, wenn man mal mit meinem Alter abends mal richtig aufmacht am nächsten Tag. Ja, was würdest du machen? Sie festhalten an dem Ding, oder was? Wie hat er denn so schnell gestartet? Ja, und Trevor? Willst du nicht, oder was? Ja, das war. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Willkommen auf dem Flug 6673 von Berlin-Bangkok. Dann können wir uns auf dem Flugzeug zu machen. Dann können wir uns auf dem Flugzeug zu machen. Dann können wir uns auf dem Flugzeug zu helfen. Ich brauche niemanden. Ich habe Ouroboros. In weniger als fünf Minuten werden wir die optimalen Altitude für Missile Deployment erreichen. Ouroboros werden wir in die Atmosphäre verlassen. Wir haben eine komplette, globale Saturation. Deine schmerzen Versuchungen lassen sich nur die Unverteidigung anbieten. Die neue Genesis ist anhand und ich werde der Kreator sein. Ich habe genug von deinem Bullshit! Du bist nur ein von Umbrella's Left-Overs. You know what we have to do. All right, we'll go for the override. Cover me. Pfft, cover me. You'll pay for that! Hang on! I'll go for that! You'll pay for that! You'll pay for it! No! I'll go for that! Hey! Hey, hey! Das war's, warum schaltet er denn immer von Klaus an? So, kommen wir nun zum absolut hanebüchensten Ende, in dem die Resident Evil Reihe bis dato Gipfelte. Der Kampf in einem Vulkan. Ein Selbstverständnis. Wenn man sich wirklich nur überlegt, so wie das erste Resident Evil war. So, wir haben es zwar noch nicht auf dem Kanal, aber es wird auf jeden Fall kommen. Und wenn der Zeitpunkt da ist, wird da auf jeden Fall der Link zu dem Video erscheinen. So, Pistole, Krauts. Ah, schön, dass wir hier noch ein paar Kartons haben fallen lassen. Geld ist jetzt auch unheimlich wichtig, weil nichts ist jetzt wichtiger als Gold noch zu finden. Und tatsächlich findet man hier zwar noch irgendwie, soweit ich mich erinnern kann, tatsächlich noch auf die Ebensteine. Aber er hat natürlich während des Sturzes erst mal Zeit gehabt, sich nochmal oben rum zu entbleiben. Ich versuche, dass wir diese ganze Zeit noch nicht während des Sturzes. Tragen? Tragen? Was ist das? Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich sehr gering, dass ich jetzt in diesem aktiven Volkan irgendwo einen Raketenwerfer finde. Von daher, äh... Mal gucken. What? Okay. Yeah. Mach mal. Oh! Das ist natürlich sehr wichtig, äh... dass er denn immer noch irgendwie noch so eine... ...den kleinen Plan immer noch weiter erklärt. Oh! Damn you! Whoa! War, pestilence, wherever you go! Allgemein. Nichts, aber vieles von Menschen. Just... Hold on! Die Scherber! Ich bin der Wohre, warte, 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 warte! Wieso feist ich denn hier eigentlich auf dem letzten Rest? Die Zielreihe, der für den Felsrotten sein muss. Ah, der Schwan hilft noch. Ach Gott, ey. Der Schwan, der Schwan, braucht eine Verpflichtung. Sie werden uns verpflichtet? Sie bekommen alle Ihre Ideen von Comic-Buch-Villains? Sie werden uns verpflichtet. So, schon mal. Oh, das lief nicht so weit. Das lief nicht so weit. Ja. Und es hat ihn nicht interessiert. Das freut mich aber. Ja. 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 Das war's für heute. Was für eine Scheiße? Ich schwöre, dieses Spiel fuckt mich so ab, Alter. Es fuckt mich so ab. Ist jetzt hier mal gut. Na, jetzt ist jetzt hier mal vorbei. Los! Oh, guck mal, wo kommt denn der auf jeden Fall her? Ach! Josh! Josh im Chill. Wunderbar. JJ. Da hält sich alter Scheißstreckleiter fest. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Chris! Oh, schlitz! Oh, schlitz! Oh, schlitz! Oh, schlitz! Ah! Chris, Schemba! Use diejenigen! 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 Schon gut, Partner? Schraub, Schraub! Schraub, Wesker! Deine Zeit ist vorbei, du Scheiße! Ich darf bitte nicht noch mal, äh... ...oder, anders gesagt, ich darf bitte das mal ausprobieren, wie... ...hoch gar nicht riskantet ist, irgendwie... ...zwei Raketenwerfer in einen aktiven Vulkan zu feuern. Das muss man mal so sacken lassen, erst mal. Und wie jedes Resident Evil endet es in einem Hubschrauber. Das Ganze. Und viel. Das ist vorbei. Ja. Und endlich. Danke. Endless. Mehr und mehr, ich frage mich, ob es alles wert ist. Für ein Zukunft, ohne Angst. Ja, es wert ist. Und in den Sonnenuntergang, oder Aufgang, ne? Einmal, das ist ja Sonnenaufgang. Quasi. Okay, ihr Lieben, das war Resident Evil 5. Ähm, ich hatte es ja schon innerhalb des Spiels mal, wie das ist nicht der stärkste Teil. Ihr habt es gesehen, es ist stellenhaft doch wirklich sehr klischeehaft und leider fehlt es mir in diesem Teil tatsächlich wirklich sehr an Gruselkomponente, an Gruselatmosphäre, für die Resident Evil ja bekannt war. Ja, irgendwie. Also, nach Teil 4, der immer noch relativ stimmungsvoll war, kam Teil 5 und der war schon sehr Shooter-mäßig irgendwie. Ihr habt ja gesehen, man hat stellenweise wirklich nur Passagen, wo man sich durchschießen muss irgendwie. Und, ja, es ist ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen schade irgendwie. Ne? Ich weiß auch nicht, ob es daran lag irgendwie, dass es jetzt ausschließlich wirklich bei Tag gespielt hat. Ich meine, das, das grundsätzlich, das, das afrikanische Setting fand ich eigentlich ganz cool. Ne? Weil es halt einfach auch, natürlich ein bisschen was Frischet war. Es muss ja nicht immer in einem Herrenhaus sein irgendwie. Aber, ähm, ja, irgendwie haben sie es krampfhaft versucht, was Neues zu machen irgendwie. Oder, wahrscheinlich, wollten sie irgendwie noch eine ganz andere Zielgruppe abholen damit. Naja. Das, liebe Freunde, war Resident Evil. Und, wenn ihr Lust habt irgendwie auf noch bessere, also wesentlich bessere Resident Evil Teile, wie Teil 2, Teil 3, Teil 4, packe ich euch unten mal in den Link, ähm, also in die Beschreibung, in den Link rein. Und, ähm, falls ihr sie noch nicht kennt, guckt sie euch an. Sie sind wesentlich besser. Und, ähm, noch mal eine Sache an eigener, oder, noch mal etwas an eigener Sache. Ähm, letztendlich war es mega heiß irgendwie, während ich das aufgenommen habe. Und ich war gesundheitlich doch noch recht angeschlagen, dass Reden jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich werde es auch nicht so weit ausholen irgendwie. Ähm, tut mir leid, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger oder ein bisschen wortkarger war. Ähm, ich verspreche, die nächsten werden mir ja ein bisschen speziell. Und ansonsten kriege ich jetzt mal viel Spaß und Spaß bei weiteren Projekten. Lass ihn auch noch umwarten. Mich würde es sehr freuen. Und, tschüss bis zum nächsten Projekt. Ciao.